Wasser ist kostbarer als je zuvor, der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Was wäre, wenn man eines Morgens den Hahn aufdrehen würde und nichts käme heraus? Nie wieder. Für die meisten ist Wasser selbstverständlich. Kein Mensch interessiert sich für Trinkwasser. Außer man nimmt es ihnen weg. Würden Sie jetzt bitte alle so freundlich sein, Ihre Hände auf den Kopf zu legen? Das ist eine Waffe, eine ziemlich große Waffe. Geniale Verbrecher. Phase 2 beginnt. Riskieren dieses Unternehmen für 300 Millionen Dollar. Mit einer gekauften Söldnertruppe bringen Sie das System unter Ihre Kontrolle. Lassen Sie einen Teil der Geiseln frei. Aber ein einzelner Kopf... Sieht aus wie ein Sprengsatz. ...ist entschlossen, es zurückzuhören. Was macht ein Kopf hier drin? Ich dachte, solche Zufälle wären ausgeschlossen. Nein, Kopf! Alle waren vor Bord! Und jetzt... Keine falsche Bewegung! ...sind Sie auf Kollisionskurs. Hände die Typen und leg sie um. Los! Wenn er Ihnen einen Schritt vorausbleiben kann... Sie sind dabei, ein sehr gefährliches Spiel zu spielen. Wenn er nur noch ein bisschen länger durchhalten kann... ...könnte das perfekte Verbrechen scheitern. Er sprengt das Gebäude in die Luft. Ich muss ihn aufhalten. So nah dran. So nah dran. Wir bekommen Probleme. Der Tod fasziniert mich ungemein. Zeit zu sterben. Der falsche Ort zum falschen Zeitpunkt. Er kommt zurück. Du willst einfach nicht in Ruhe in die ewigen Jahrhunderte gehen. Und wir gehen nicht durch diesen Tunnel. Faye. Codes. Musi. Was war's dann wohl? Die Katastrophe beginnt.